Hey und willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin der Andreas und wir werden hier Games zocken und eine geile Zeit haben. Wir werden Games zocken wie Landwirtschaft Simulator 19, auch bekannte den Namen Alice 19 mit Mods. Lego City Undercover. GTA 5. Rainbow Simulator, auch mit DLCs. Minecraft. Tom Clancy's Rainbow Six Siege und Tom Clancy's Ghost with Good Wildness. Notruf 112, die Feuerwehr Simulation. Chief Simulator. Und natürlich auch Dwayne Sim World 2020 und Dwayne Sim World 2. Wenn euch das gefallen hat, abonniert kostenlos, lasst einen Like da und hier könnt ihr mir auf Instagram folgen. Ciao. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Vielen Dank.